Lange ein Schneestein umfüllt, okay Soll es belevelt, kacke Musikfesten soll es unter Na nü Ich weiß nicht, wie er es kaufen soll Waren verwalten Ich glaube hier schon mal ein Handelswaren geben, wie bescheuert ist das denn? Gehen geblieben So hat er was zu verhandeln Kacke Kacke Wobei Ne Ne Weiß kacke Der Dominator, Gott Ähm Alchemiebereich Waren Wer ist? Gehört sein zu Oh Gott Was irgendwo Vergesst ihn hier hin Ha Doktor Das kann ja nicht gut sein Ähm Ach da Materialshop Ach da Materialshop Aber für 1 Zehntel werden sie nur verkauft, alter Waren H� Oh aber Das da hinten Hm, dann nimmt man die hier. Noch ein Doktor. Hier. Das ist noch nicht weichbar was bei dem. Was? Was? Ich hätte vielleicht vorher machen sollen. Immerhin. Ich bin ein Meuchler. What the fuck? Schon wäre was, dass man einfach sammeln kann. Okay. Du kommst mal her. Lachst Feuer? Nee. So, mal kriegen. Ich glaube das sind ein paar Sachen die ich mittlerweile habe. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Äh. Mittags sind wir Gruppenmitglieder. Ja, geil. Was soll das heißen? Ach egal. Das hier muss... Ah ja, ich weiß nicht was ich da machen konnte. Der wollte. Was natürlich auch so intelligent ist gerade, weil... Äh, ja. Jetzt habe ich volle Kanäle verplant. Bestimmt nicht vorhin ein besseres Schwert noch in die Hand gedrückt. Scheinbar nicht. Wieso nicht? Egal. Ich hab's ja. Ich hab's ja. Ah ja. Die Haufen gibt plus 4, okay. Plus 6. Daniel. Dein holst euch! Hier hat er ja gute Klappe, will ich sagen. So, daran ist mal hier wirklich was geändert. Tatsache, dies hätte ich jetzt ja nicht getan. Was? Oh, ich bin schon über mein Headset-Cabel-Roll gefahren. Ein Wireless Headset wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt für mich. Ich glaube, ich würde das Ding hier rüber rassen. Ich würde es speichern. Ich muss kurz noch mal was gucken. Okay, da kann ich jetzt so machen. Das verbessert die Dings vielleicht sogar noch mal ein bisschen. Discord, kurz mal reinschauen. Ja, und noch ist logischerweise keiner hier, auch wenn ich es nicht gemerkt hätte, wenn es anders wäre. Naja. Das und das auf, das auf. Warten wir jetzt rückschalten. Bett. Ja, jetzt muss ich gerade sagen, hat ja ewig gedauert. Da wird mir gerade keine Verbindung angezeigt. Beim Fernseher. So, Back-On-Mocke. Das ist lieber da, lieber die Desktop-Mocke. Ah. Hecken-Woods für die Mini-Reihe. Steht ja auch da. So gut sieht das Bild nicht aus. Vielleicht auch beim Stand dann lieber. So, dann hätten wir hier natürlich noch das eine oder andere Video. Mal gucken. Okay, jetzt stream... äh, Quatsch. Spoilern. Gespoilert wird hier nicht offensichtlich. Ist ja nicht gut. Zumindest bisher. Wir haben ein bisschen assi, wenn man sich einfach durch die Birdings-Spoilern direkt könnte. So, Gruppe einladen wir. Hier. Und da. Und da. 18, 18. Und die bin auch 18. Noch. Sehe ich immer davon aus, dass das hier noch ein Tacken zu hoch ist. Sicher bin ich nicht, aber man kann davon ausgehen. Was doof ist, die restlichen Dinge, die ich halt habe, sind auch nicht wirklich gut. Das sieht auch ganz gut aus. Ah, okay. Ich brauche nur die Feenpuppeln. Und was mir da noch einfällt. Na, was sind das alles welche? Was sieht auch ein paar Feen, Google. Na, gut zu wissen. Ich will erstmal kurz ihre Fähigkeiten. Schalke noch weg. Und das. Kein Anglusszauber. Okay. Ah, gut. Ich handle mal ne Runde. Ah, gut. Ah, gut. Ich handel mal ne Runde. Ah, gut. Ich hoffe, sie setzt das Zeug auch ein und behält es nicht nur. Das wäre sonst ein bisschen ungünstig. Mal gucken, ob sie es eingesetzt hat. Was? Warte, ne Fahrze. So, kann sich auch mal offensive Magie wirken. Bis jetzt kann ich eigentlich direkt normal machen. In dem Fall mal ich an der Stelle. jetzt mal ein bisschen mit Steals voll prügeln ja why not, ich weiß ja nicht mal ob ich diese einsetzt aber die wir haben und die brauchen als brauchen und nicht haben fest bestimmt die ganze Zauber will ich ja ihr alle gegeben so wo muss ich hin also erst mal nach unten, ah wer ist man halt uns kkk ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Ah, f**k, ich bin ein bisschen zu faszinierend. Nein, sieh auch gut aus.